Niklas Stark. Und jetzt die Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Aus dieser Entfernung musst du einfach ein Tor erzielen. Stimmt, aber wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler selbst aus solcher Distanz das Tor noch verfehlt haben. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Okay. und die